Angesichts einer weltweit steigenden Zahl von Coronavirus-Infektionen werden die meisten Reisebeschränkungen nach Europa aufrechterhalten. Zwei Wochen hat die EU geprüft, für welche Länder die Einreisebeschränkungen nach Europa aufgehoben werden könnten. Zurzeit können Bürger aus 13 Ländern nach Europa einreisen. Das gilt sogar für China, allerdings unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit. Algerien und Marokko werden wohl von der Liste genommen. Die Liste der Länder mit Einreisebeschränkungen wird immer kürzer, nachdem Mitte Juli auch Bürgern aus Serbien und Montenegro wieder Reisefreiheit gewährt wurde. Die jüngste Aktualisierung der Reiseverbotsliste ist eine Enttäuschung für den europäischen Tourismus. Der hat mit einem dicken Minus zu kämpfen. Touristen aus China, Kanada oder Uruguay sind eher selten zu finden. Eine weitere Öffnung wird deshalb dringendst herbeigesehnt.